Servus Freunde und recht herzlich willkommen! Es wird Zeit für ein neues Lötvideo. Ich habe mit Schrecken gesehen, dass die vorher schon gemachten, die alten Lötvideos ja schon fast zwei Jahre alt sind. Das geht ja mal gar nicht. Da machen wir mal ein neues. Insbesondere, weil aufgrund der Videos, also hauptsächlich Löten Litze an Litze, da doch einige Kommentare, Anregungen, Kritik gekommen ist und das möchte ich in diesem Video aufarbeiten. In dem Video Litze an Litze hatte ich ja gezeigt, wie ich das empfehlen würde. Litze vorverzinnen, beide, dann aneinanderlegen und verlöten. Da stehe ich auch zu. Boah, Punkt. Das ist ein Kompromiss. Das ist vielleicht nicht für jeden Anwendungsfall der ideale Weg. Aber es ist einer, der ist einfach zu erlernen, der funktioniert auch, wenn man wenig Löterfahrung hat und führt mit Sicherheit zu einer sehr guten Lötstelle. Es gibt aber eben auch Varianten und genau um die soll es in diesem Video gehen. Schauen wir uns erstmal an. Ganz grundsätzlich, ich verwende in diesem Video etwas dickere Litze. Das war auch ein Kritikpunkt. Ja, das mag ja bei dieser dünnen Litze gut funktionieren, aber bei dickeren funktioniert das nicht. So, ich habe mich jetzt entschieden. Die ersten Videos waren ja mehr so in Richtung Modellbau ausgelegt und da hat man halt 0,25 Quadrat oder 0,33 Quadrat. 0,5 Quadrat irgendwo auch noch und das war glaube ich 0,5 Quadrat. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Heute habe ich mich entschieden, etwas dickere Litze zu nehmen. 1,5 Quadrat. Das ist so ein Mittelding. Das ist noch ähnlich wie Modellbau und schon ein bisschen dicker. Eigentlich müsste man noch mal ein Video mit richtig dicken Kabeln machen oder Litzen, um zu zeigen, wo sind da die Vorteile und wo sind da die Nachteile, wenn es denn so richtig dick wird. Aber das geht dann schon wieder nicht mit einer Lötstation, da müssen wir dann schon wieder mit dickerem Kaliber löten. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen mal einfach an. Die erste Anregung war, die Litzen nicht aneinander zu legen und zu verlöten, sondern vorher zu verdrillen und dann zu verlöten. Genau, das machen wir jetzt mal. Ich habe das hier schon so ein kleines bisschen vorbereitet und da machen wir hier mal die Litze hier schon mal so rein und dann kann ich das hoffentlich ein bisschen verdrillen. So, der Hintergedanke dabei ist natürlich, dass die Adern einen innigeren Kontakt miteinander bekommen, also die kleinen Drähtchen innerhalb der Litze. Ist mit Sicherheit gegeben. Dann verlöten wir die mal. So, wie immer, etwas Lötzinn ran, um einfach den Wärmeübertrag vom Lötkolben in das Kupfer vom Kabel zu verbessern. Und so viel Lötzinn ran machen, dass es tatsächlich auch in die Adern oder in die Äderchen zwischen die Äderchen läuft. Wenn man fertig ist, Lötkolben zügig weg, nicht stundenlang drauf rumbraten. Lötzinn ist kein Klebstoff. Es ist halt wirklich nur sinnvoll, wenn es heiß ist und wenn noch Flussmittel da ist. Das Flussmittel ist ja hier im Lötzinn drin. Da ist also im Inneren ist so ein Lötzinn-Draht hohl und da steckt Flussmittel drin. Und das Flussmittel ist dort in der richtigen Dosierung enthalten. Macht natürlich jeder Hersteller ein bisschen anders, aber da muss man sich halt einfach mal drauf verlassen, dass das funktioniert. Und löte ich jetzt, dann passt das alles, brate ich aber zum Schluss ohne frisches Lötzinn noch auf der Lötstelle rum, dann verdampft mir natürlich das ganze Flussmittel. Und ich, naja, ziehe so das Lötzinn vor und zurück. Das ist dann mehr wie Dachrinnen löten. Das ist nicht gut. Also, nein, nicht machen. Also, Lötzinn und Lötkolben drauf, bis alles geflossen ist und weg mit dem Zeug. Dann bleibt das auch so. Schauen wir uns die Lötstelle einmal an. Die sieht ja gar nicht mal so hässlich aus. Ich spann die hier mal aus. So, das Ganze ist natürlich, wenn man das so sieht und sich innerlich vorstellt, sagt man sich, ja klar, das hat eine wesentlich bessere Verbindung von der einen Litze zur anderen Litze, als wenn ich das einfach so aneinander lege. Ja, das ist korrekt. Diese Verbindung dürfte im Bereich der Lötstelle sogar eine bessere Leitfähigkeit haben, als die Litze selber. Braucht man das? Ich denke, nein. Es reicht, wenn die Lötstelle die gleiche Leitfähigkeit, den gleichen Widerstand, wie die Litze selber hat. Die Variante, wie ich es gezeigt habe, also Litze an Litze, so überlappt, ich zeige es nochmal ganz grob, also so aneinander, hat natürlich auf den ersten Blick einen schlechteren Kontakt. Aber auch nur auf den ersten Blick. Wir haben einen gewissen Querschnitt jeder Litze. Da wir die aber überlappen, haben wir natürlich einen sehr viel längeren Bereich, der Kontakt miteinander hat. Und das Lötzinn verbindet diesen längeren Bereich. Lötzinn an sich hat natürlich eine schlechtere Leitfähigkeit, einen höheren Widerstand als Kupfer. Aber da wir da die Fläche vergrößert haben, wirkt sich das überhaupt nicht drastisch aus. Es würde sich auswirken, ganz langsam Herr Grote, wenn wir die Litzen so punktuell aneinander löten würden. Das wäre natürlich aus zweierlei Sicht dumm. Denn erstens bricht das da in der Mitte. Lötzinn ist nicht ganz so elastisch wie Kupfer. Das ist ein bisschen härter, ein bisschen... Ja, das bricht da halt. Und außerdem hätten wir da dann tatsächlich eine punktuelle Verbindung, wo diese schlechtere Leitfähigkeit des Lötzins zum Tragen kommt. Aber beim Übereinanderlegen fällt das meiner Meinung nach überhaupt nicht ins Gewicht. Aber diese Lötstelle ist elektrisch gesehen besser. Keine Frage. Alles, was gut ist oder besser ist, hat natürlich auch einen Nachteil. Was ist der Nachteil? Wir haben zweimal den Querschnitt eben verzinnen müssen. Wir haben ja anderthalb Quadrat auf der einen Seite, anderthalb Quadrat auf der anderen Seite. Wenn wir die in der Mitte verdrillen, haben wir da logischerweise drei Quadratmillimeter Querschnitt. Und den mussten wir verzinnen. Das ist wesentlich aufwendiger, also jetzt aufwendiger in Bezug auf Hitze vom Lötkolben und Lötzinnbedarf, bis das wirklich durchgezogen ist, denn das muss durchgezogen sein, sonst ist das nicht gut. Dann ist das keine saubere Lötstelle. Vorteil Lötstelle ist besser, besser als die Litze selber. Nachteil, wir brauchen mehr Hitze, mehr Zeit, um das alles zu verzinnen. Eine Variante. Es gibt noch eine Variante, die in dieselbe Richtung zielt. Und zwar ist das, ich habe mir das alles schon ein bisschen vorbereitet, da muss ich hier nicht so lange dran rumfummeln. Ich halte das mal hier hin, damit ihr das in der Oberhead-Kamera sehen könnt. Ist das, dass die Litzen aufgefächert werden und dann ineinander geschoben werden. Ich spann das da mal wieder ein. Irgendwie habe ich eine Hand zu wenig oder die ist an einer falschen Stelle angebracht. So, jetzt habe ich das da ineinander gefusselt. Man sieht schon, die stehen jetzt natürlich ab. Die muss man also auch so ein kleines bisschen zur Raison bringen und hier so ein bisschen hin formen. Und dann geht das Spielchen eigentlich gleich wieder von vorne los. Ich habe das bewusst nicht allzu weit ineinander geschoben. Komme ich gleich drauf. Wir löten erst mal. Selber, selbes Ding wie immer. Lötkolben bringt die Hitze ans Material. Etwas Lötzinn als Wärmeübergangshilfe. Und dann müssen wir warten, bis ich das da, wenn es da unten nicht will, kann man natürlich auch von oben noch ein bisschen nachhelfen. Jetzt fängt es hier an zu fließen. Dann sollte es das da unten auch tun, denke ich. Und immer wieder das gleiche genug Lötzinn beibringen, bis wir sehen, jo, jetzt ist es wirklich voll, Lötzinn weg, fertig. Diese Lötverbindung, da bin ich so ein bisschen im Zweifel. Sie ist mindestens, naja, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man die Fäden, die Einzeläderchen ineinander bringen kann. Sie ist vergleichbar mit der Umwickelten. Ich finde da dann aber die Umwickelte schon noch schöner. Weil, was hier ganz leicht passieren kann und mir gerade passiert, ist, es ist nicht sauber ineinander gesteckt worden. Und dann ist das Käse. Taucht nix. Ja, ob man das jetzt braucht. Die Idee auch hier ist dahinter, eine innigere Verbindung der einzelnen Äderchen untereinander mittels Lötzinn zu erreichen. Die Gefahr, dass es an ihm nicht so richtig gut funktioniert, ist aber auch nicht von der Hand zu weisen. Und wir haben auch hier das Problem, dass wir einen doppelten Querschnitt erhitzen müssen. Warum habe ich das nicht ganz ineinander geschoben? Ich wollte jetzt gucken, wie sieht das aus? Wie weit dringt das Lötzinn noch außerhalb dieses ineinander geschobenen Bereichs noch in die Litze ein? Weil die Fäden ja offen sind. Das ist eine Einladung für die Kapillarwirkung. Also es gibt ja Wörter, ja, ihr versteht, was ich meine. Die Kapillarwirkung, das ist also eine Einladung für die Kapillarwirkung, das Lötzinn da richtig reinzuziehen. Und das sieht man auch hier. Wenn wir uns das hier mal angucken, wie weit das da reingegangen ist. Man sieht es auch, wenn ich das hier biege, bis da hinten hin. Teilweise sieht man das außen nicht mal. Und trotzdem ist es da reingegangen. Weil Kapillarwirkung hat den Drang von einem größeren Bereich, da wo die Fäden auf, oder die Äderchen aufgeweitet sind, in die Enge reinzufließen. Und das hat es hier auch gemacht. Elektrisch gut, wenn man es ordentlich ineinander schiebt. Also nicht so, wie ich es gerade gemacht habe. Aber es birgt eben auch Gefahren. Und wir haben das gleiche Problem, doppelten Querschnitt. Wir brauchen also wieder wesentlich mehr Energie. Wir müssen länger darauf rumlöten. Wir bringen mehr Lötzinn in die Litze, wo wir es eigentlich gar nicht haben wollen. Okay, aber elektrisch, wenn man es richtig macht. Gut. Nächste Variante. Die ist eigentlich sehr wichtig, wenn man ganz dicke Litzen miteinander verbinden will. Stellt euch diesmal vor, in Richtung 4 Quadrat, 6 Quadrat. Wenn ich da was so ineinander fädel, oder versuche das zu umwinden, mein Gott, das sind 12 Quadratmillimeter Kabel. Da braucht man ja schon fast einen Brenner, um das Ding ordentlich zu löten. Also das wird dann kritisch. Was kann man machen? Eine Hülse drüber schieben. Auch das habe ich vorbereitet. Ich habe hier auf die eine Seite bereits eine Hülse draufgeschoben. Die beiden Litzen sind jetzt auf Stoß aneinander gebracht. Und ich schiebe die Hülse, wenn es mir gelingt, da drüber. Wir haben hier ein Litze auf Stoß. Und wir haben da drüber eine Hülse. Wir müssen also bedenken, dass diese Hülse den ganzen Strom in der Mitte, den ganzen Strom in der Mitte, da wo sich das berührt, tragen können muss. Wir können also jetzt nicht ein 6 Quadrat Kabel, was für 100 Ampere locker geeignet ist, oder auch mehr, mit einer hauchdünnen Ader-End-Hülse verbinden. Dann wird uns das in der Mitte wegbrennen. Lötschen hin, Lötschen her. Wir müssen ja auch noch sicherstellen, dass Lötschen tatsächlich bis in die Mitte reinfließt. Gar nicht so einfach, wenn man es nicht sehen kann. Gut. Aber wir löten das erstmal. Wir haben hier zumindest den Vorteil, dass ich von beiden Seiten getrennt löten kann. Ich kann also hier meine 1,5 Quadrat Ader löten. Muss jetzt natürlich gefühlsmäßig sicherstellen, dass das Lötschen auch tatsächlich da reinfließt und macht das gleiche Spielchen auf der anderen Seite. So. Hm. Gut. Der Vorteil, den ich hier sehe, es ist eine sehr saubere Sache. Der Nachteil, wie eben schon angekündigt oder angedroht, man weiß nicht, ob das wirklich bis in die Mitte gegangen ist. Die Wahrscheinlichkeit ist schon gegeben. Kapillarwirkung. Mein Gott, ich habe es auf Anhieb geschafft. Ja. Ärgert mich ja immer noch, dass das eben nicht funktioniert hat mit der Kapillarwirkung. Ja gut. Die sorgt eigentlich schon dafür, dass es da reinfließt. Aber wissen tut man es nicht. Ansonsten, tolle Sache. Macht vor allem einen schlanken Fuß, äh, schlanke Lötstelle. Man könnte das kombinieren, indem man die Litzen vorher verzinnt. Probieren wir das mal aus. Machen wieder zwei Litzen hier rein. Und die verzinne ich jetzt erst einmal, allerdings recht dünn. Schauen wir mal. Und diese hier auch. Jetzt müssen wir natürlich eine Hülse suchen, die da noch drüber geht. Wenn wir Pech haben, haben wir jetzt durch das Verzinnen natürlich die Ader, die Litze etwas dicker gemacht. Sollen wir mal schauen. Ich habe zwei Hülsen vorbereitet. Eine, die wäre vom Durchmesser ideal. Das ist nämlich die gleiche, die ich auch eben verwendet habe, wo ich nicht vorverzinnt habe. Und die zweite ist etwas dicker. Jetzt muss ich mal schauen, ob die da noch rüber geht. Und wie befürchtet, der Seite geht sie nicht. Da würde sie. Wir probieren das mal, wenn ich das jetzt hier aneinander bringe. Ah ja. Mit leichter, roher Gewalt geht das. Jetzt haben wir die Hülse wieder an Ort und Stelle und wir haben Vorverzinnt. Wenn wir jetzt löten, genauso wie eben, wird natürlich das Lötzinn, was ja schon drin ist in der Litze, wieder schmelzen und sorgt mit dem frischen Flussmittel, was ja jetzt dazu kommt, dafür, dass es mit größerer Wahrscheinlichkeit sauber bis in die Hülse hineinläuft. Außerdem, da da schon Zinn drauf ist, lässt sich das natürlich leichter verlöten. Die Hülsen übrigens, die habe ich mir aus Aderendhülsen gemacht. Ihr habt gesehen, da ist an der einen Seite der Hülse immer so ein kleiner Kragen dran. Die kann man einzeln kaufen, dann haben die auch den Kragen. Ich habe jetzt keine ohne Kunststoffkappe gehabt, deswegen habe ich einfach die Kunststoffkappe mit dem Seitenschneider entfernt. Kann man durchaus tun. Und ich finde diese Verbindung mit den Hülsen ziemlich ideal. Aber Vorsicht, man muss sicherstellen, dass das Lötzinn wirklich da innen reinläuft. Und wenn jemand das macht, der vielleicht nicht so viel Löterfahrung hat, dieses Video soll ja auch denen helfen, die vielleicht nur ein, zwei Mal im Jahr löten. Ich mache das schon ein bisschen öfter und kann dann schon sehen, ah ja, gut, das Zinn verschwindet da in der Ader. Das wird hoffentlich bis in die Mitte der Hülse fließen. Wird hoffentlich. Das ist das große Problem. Wissen tut man es leider nicht. Und deswegen, und das zeige ich euch jetzt nochmal zum Schluss, mein Favorit, immer noch, das Löten der Litzen aneinander. Ich kann es nicht vermeiden. Ich muss es nochmal zeigen. Ihr könnt natürlich auch gerne euch das Video anschauen mit den dünneren Litzen. Das sind ja jetzt etwas dickere Litzen. Aber benimmt sich ähnlich. Übrigens verzinne ich immer von der Spitze an, weil dadurch bringe ich nicht so wahnsinnig viel Hitze und Lötzin in die Litze hinein. Litze, Hitze, ja wie auch immer. Also von hier vorne etwas Lötzin und man sieht schon, wie das hier rüber fließt. Das wäre die Vorbereitung. Beide Adern, beide Litzen vorverzinnen. Nicht lange dran rumbraten. Wir brauchen das Flussmittel, was da übrig bleibt, gleich nochmal. Oder zumindest schadet es nicht. Und jetzt bringen wir die beiden. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das so ausrichte, dass ihr das auch gut sehen könnt. Und das jetzt zu verlöten ist eben verhältnismäßig einfach. Fertig. Das ist immer noch mein Favorit. Wie eingangs schon gesagt, es gibt Anwendungen, wo das vielleicht wirklich doof ist. Zum Beispiel eben zweimal sechs Quadrat Kabel, äh Litzen. Die sind einfach sehr dick. Und wenn ich die so aufeinander lege, dann müsste ich sie auch recht weit überlappen. Anderthalb Zentimeter vielleicht. Das ist dann schon ein ordentlicher Klotz da in der Mitte. Da würde ich tatsächlich auf eine Hülse gehen. Es gibt für solche dicken Litzen auch fertige Hülsen. Die sind oben offen. Die sind entweder nur halb, also so wannenförmig. Finde ich jetzt nicht so schick, aber so sind sie zum Beispiel an den Steckern dran. Siehe mein Video von diesem dicken Stecker. Da ist so eine halb offene Wanne, wo man die Litze reinlegt und dann halt verlötet und verzinnt. Ist aber natürlich doof, wenn man da zwei Litzen hat. Da bräuchte man jetzt schon eine dritte Hand und eine vierte Hand, um dann die Hülse da drunter zu halten. Ich meine aber diese Hülsen auch gesehen zu haben, dass die oben einen Spalt haben, also so zu drei Viertel zu sind. Dann kann man die Litzen dort hineinstecken, verlöten, verzinnen und man sieht in dem Spalt oben und man kann in dem Spalt auch Lützen einbringen, dass das da wirklich gut in die Litze und in die Hülse hineinläuft. Dann ist das nicht dicker, nicht wesentlich dicker, als die beiden beispielmäßig sechs Quadratlitzen. Macht aber eine sehr schön innige Verbindung. Ein Punkt oder ein Kritikpunkt beim letzten Video Litze an Litze war auch noch, ich hätte zeigen sollen, wie man denn die verschrumpft. Eigentlich ging es ums Löten, aber mache ich natürlich gerne. Wir haben ja jetzt hier Anschauungsmaterial. Selbsthergestelltes sozusagen. Ja, Schrumpfschlauch. Wie lang muss denn der sein? Länge ich den jetzt genau so ab, dass der hier gerade so die freien Adern abdeckt? Nein, natürlich nicht. Der soll schon ein bisschen länger sein. Wir sehen ja auch, das Lötzinn dringt da schon recht weit rein. Ich biege hier nochmal wieder. Man sieht, es ist bis in die Isolierung innen reingelaufen. Innen zumindest. Außen sieht man nichts von dem Lötzinn, aber innen rein. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, einen Schrumpfschlauch deutlich über die Stelle hinaus zu schrumpfen. Zufälligerweise habe ich da ein wenig Schrumpfschlauch. wenn der da rauskommt, könnte ich ihn auch verarbeiten. Also schauen wir mal, was wir hier so machen würden. So in der Länge. muss man das natürlich so halbwegs mittig dahin kriegen. Und wie verschrumpft man das jetzt? Ja gut, haben wir eigentlich alle schon gemacht. Wir nehmen Feuerzeug und schrumpeln das da ein. Kann man machen. So richtig gut ist es nicht. Warum? Wir können nicht genau kontrollieren, wie heiß das an der Stelle wird. So ein Feuerzeug, so eine Flamme, ist verflixt heiß. Solange wir das schön hin und her bewegen und sehen, wie der Schrumpfschlauch schrumpft, mag das alles okay sein. Es kann aber auch sein, dass wir den Schrumpfschlauch beschädigen oder auch die Isolierung unserer Litze. Deswegen schöner. So was. Ja, ich weiß, das ist jetzt laut. Ich stelle das mal ein bisschen weiter weg wieder, dann ist es nicht ganz so schlimm. Das Heißluftgebläse ist eingestellt auf 250 Grad. 250 Grad ist eine Temperatur, bei der man Schrumpfschlauch sehr gut schrumpfen kann. Und es ist noch nicht so heiß, dass es irgendeinen ernsthaften Schaden an der Litze, an der Isolierung verursacht. Wenn man zu lange an einer Stelle ist bei einer PVC-Isolierung, ja, könnte auch das ein bisschen zu warm sein. Aber wir müssen den Schrumpfschlauch ja schließlich auch schrumpfen. So, jetzt hoffe ich, dass das warm genug ist. Das macht man natürlich auch noch von der anderen Seite. Ich wollte es jetzt bloß nicht zu lange machen. Außerdem könnt ihr euch vorstellen, dass das denn genauso schrumpft. Jetzt ist er fertig verschrumpft. So könnte man ihn, selbst wenn da höhere Spannung drauf ist, na ja, auch bei niedriger Spannung gibt ja Kurzschluss, wieder einbauen. Das Kabel ist repariert, wenn es kaputt war oder eben, wenn es nicht kaputt war und einfach nur verlängert werden sollte, ist das komplett fertig und kann verbaut werden. Sollten wir wissen, dass diese Lötstelle Vibrationen ausgesetzt ist, jetzt komme ich wieder in Richtung Modellbau, zum Beispiel ein Kabel in der Nähe des Verbrennungsmotors eines Flugzeugs, wo es halt vibriert, dann laufen wir Gefahr unter Umständen, dass das Kabel oder die Litze oder die Ader an der Stelle, wo das Lötzinn zu Ende ist, innen, drinnen, zwischen den Äderchen und da, wo es flexibel ist, da bildet sich ein Punkt, wo es brechen könnte. Durch den Schrumpfschlauch wird das schon ein bisschen entschärft, weil das wie so eine Art Knickschutz dann auch da drüber sitzt. Wenn wir aber von vornherein schon wissen, dass unsere Lötstelle mit Sicherheit starken Vibrationen ausgesetzt wird, dann kann man das auch stufenweise machen. Also die erste Schicht Schrumpfschlauch relativ lang, dann noch eine drüber etwas kürzer, noch eine drüber etwas kürzer. Dadurch bauen wir tatsächlich so eine Art Knickschutz-Tülle da vorne auf. Es gibt so Schrumpfschlauch übrigens auch, mit integriertem Heißkleber. Eine total geile Sache. Die sind etwas dicker, klar ist da noch eine Kleberschicht innen drin und beim Schrumpfen, also allein durch die Wärme des Schrumpfens löst sich dieser Heißkleber, wird wieder flüssig, wird wieder klebrig und durch das Schrumpfen wird der sogar in sämtliche Hohlräume gedrückt und kommt meistens am Rand sogar so als ganz kleine Wulst auch noch wieder raus. Das ist natürlich eine super Sache, weil damit ist die Lötstelle auch noch gasdicht, wie man so schön sagt. Es kann also weder Feuchtigkeit noch Luft noch sonst oder irgendwelche aggressiven Gase dort eindringen. Ja, ich habe alles abgearbeitet, was ich vorbereitet hatte. So weit, so schön. Die Stromtragfähigkeit hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ich habe gerade auf meinem kleinen Schummelzettel, der da vorne liegt, gesehen. Hatte ich ja aber schon, während ich die einzelnen Lötstellen oder die einzelnen Lötvarianten vorgestellt habe, erwähnt. Es gibt eben Varianten, eben diese mit, wo ist er? Da ist er. Diese da. Mit dem drumgewickelten, umeinander gewickelten Äderchen. Klar, hat eben eine wesentlich höhere Stromtragfähigkeit oder eben Leitfähigkeit oder eben geringeren Innenwiderstand an der Stelle als die Litze selber. Wir haben ja auch den doppelten Querschnitt. Aber es ist halt die Frage, macht man sich den Aufwand mit dem Verdrehen? Das ging jetzt eigentlich noch. Das mit dem Ineinander schieben, was mir nicht so gut gelungen ist, im Vorfeld zu diesem Video habe ich das natürlich auch ausprobiert. Da ist es mir sehr gut gelungen. Da sah das auch ordentlich aus. Wobei ich auch da sagen muss, es ist nicht so einfach, diese aufgefusselten und ineinander geschobenen Äderchen so platt zu drücken, dass da kein Äderchen absteht. Ja, ich überlasse es euch zu entscheiden, was für euch oder für eure Anwendung der richtige Weg ist. Ich wollte es nur vorgestellt haben, es ist angeregt worden, dass ich das so mal machen soll. Habe ich heute damit gemacht. Wunderbar. Ich bin ernsthaft im Überlegen, noch ein Lötvideo über so ein dickes, über so eine dicke Litze, also 6 Quadrat oder sowas zu machen, wie man die am besten aneinander bringt. Muss ich mal schauen. Also das wird schon ein bisschen Aufwand. Ich muss mal gucken, was es da alles gibt an Möglichkeiten. Und dann, wenn ich da was gefunden habe, zeige ich es euch. Ansonsten verbleibe ich euer Ingmar. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video genauso fleißig anschauen würdet, wie die anderen Lötvideos. Das war wirklich schön. Also das kam gut an. Fand ich total genial. Ihr dürft auch gerne in meine anderen Videos reinschauen. Ich habe ja eine Videoserie über Modellturbinen gemacht, über eine Fressmaschine, die ich gerade baue. Da gibt es immer wieder mal so ein kleines Video drüber. Vielleicht auch interessant. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Frohe Weihnachten übrigens und guten Rutsch. Das nächste Video kommt erst Anfang Januar. Alles klar? Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020